Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rekorde mit mir und ihr seht es schon wieder, ein neues Case Opening, diesmal bloß nicht bei Gaben, sondern auf einer Case Opening Seite und ja, die Seite ist eigentlich ganz nice, ich werde nicht von ihr gesponsert, also nicht wundern, ja, sowas brauche ich nicht, ich habe mir selber hier 8 Dollar aufgeladen und ja, die Seite ist eigentlich ganz nice, ich würde euch aber nicht empfehlen auf der Seite irgendwas zu machen, obwohl, es ist eigentlich ganz nice, man kriegt auch auf jeden Fall bessere Sachen als bei Gaben und das lohnt sich schon, würde ich sagen und ja, es ist eigentlich ganz cool, ich habe schon öfters auf der Seite ein paar Sachen gemacht, also ein paar Sachen geöffnet und muss sagen, am besten sind eigentlich diese Classified Kisten, wo man eigentlich relativ oft Gewinn macht sogar und ja, aber ich halte euch trotzdem lieber von ab, öffnet lieber gar keine Kiste, weil das ist sowieso immer Geldverschwendung, ich mache es jetzt nur für YouTube und ja, wie gesagt, also ich habe jetzt 8 Euro, also 8 Euro, Dollar aufgeladen und werde jetzt 2 von diesen Classified Kisten öffnen, weil man da am meisten Plus macht immer, also, also habe ich das Gefühl sozusagen, weil, ja, bei den Convert Kisten, da kriegt man immer nur die Au-Chamillion, ich kann ja mal drauf gehen, ähm, diese hier und die ist nur 1,80 Euro oder so wert, also überhaupt nicht worth it und man kriegt einfach immer nur die und äh, das ist bei der Classified Kiste meiner Meinung nach nicht so, das ist zwar auch manchmal Bullshit drin, aber ich habe da auch schon oft Gewinn gemacht, muss ich sagen und ich werde jetzt einfach mal die erste Kiste öffnen, bis gleich, money, aber ich hoffe, wir kriegen es wieder rein. Boah, ist der Sound laut, alter, sorry Leute, wenn das jetzt gerade ein bisschen laut war. Holy shit, man. Und wir kriegen die Imperial Dragon und haben Minus gemacht. Nice, Leute, ihr seht es. Und das Sound kommt gar nicht verspätet. Alter, ist das laut. Ist immer noch zu laut, glaube ich. Egal. Ja, wir behalten die Waffe erstmal kurz. Vielleicht gewinnen wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich hoffe es natürlich. Komm schon, bitte was Gutes. Bullshit. Bullshit, wieder Minus gemacht. Oh, shit, nigga. Ja, ich habe schon ein paar Sachen auf der Seite gekommen. Ich würde sagen, wir verkaufen die Imperial Dragon und öffnen noch eine von diesen USP-Kisten. Da habe ich auch schon oft Plus gemacht, muss ich sagen. Aber meistens halt immer Minus. Und das Sound ist immer noch übelst laut, aber egal. Komm schon, gib mir irgendwas Nices. Egal, wir können noch eine davon öffnen. Äh, ja. Ich hoffe, dass wir irgendeine Gute davon bekommen, von den USPs. Manchmal hat man auch Glück. Oh, wir kriegen die nochmal, Alter. Sogar noch in einer schlechteren Condition, was? Oh, shit, nigga. Ja, okay. Wir kaufen die halt alle nochmal. Und öffnen nochmal eine pinke. Das ist eigentlich das dümmste, was man machen kann. Alles wieder verkaufen und neue Kisten öffnen, weil man kriegt sowieso nur Bullshit. Komm, irgendwas Nices, bitte. Komm schon. Warte mal, ist die nicht voll viel wert? Elf Euro, Leute! Was geht ab? Ich glaube, die behalte ich. Ihr seht es, wir haben aus 8 Dollar elf gemacht. Wenn man glatt... Ich kann schon nicht mehr reden, Alter. Wenn man Lack hat, dann, ähm... Ja, würde ich sagen, lohnt sich die Seite schon. Äh, ja. Elf Dollar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die behalten soll oder noch ein bisschen weiter gambeln soll. Das ist eigentlich eine dumme Entscheidung, um jetzt weiter zu gambeln. Aber ich tue es für YouTube. Ja, mein Herz tut jetzt schon weh. Tschüss, Geld. Naja, jetzt können wir jetzt jetzt noch ein paar davon öffnen. Mega nice, dass wir die USP bekommen haben. Jetzt kriegen wir ja vielleicht noch ein bisschen was. Können wir noch was raus? Oh. Oh, shit, nigga. So viel Minus. Egal. Egal, egal, egal. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas Geiles. Die Guardian. Die könnte was wert sein. 4,57 Euro. Da wir auf jeden Fall, äh... ein bisschen Plus gemacht. Also, was gibt es denn noch hier auf der Seite? 3,95 haben wir. Was kann man denn hier öffnen? Warte mal, ist hier eigentlich die Dingens drin? Lightning Strike Case Hardnet, alter. Ah, nee, das ist mir zu riskiert. Ich habe von denen noch nie eine geöffnet. Also, es gibt auf jeden Fall eine ordentlich Auswahl hier. Ganz im Monster. Das ist eigentlich auch ganz geil. Wenn wir hier die Medusa oder die Poseidon bekommen, aber nein. Das riskiere ich nicht. Ich öffne lieber noch eine hiervon. Hä? Leute, wir haben vier Cent zu wenig fällt mir gerade auf. Oh, shit. Ja, äh... Ja, okay. Dann würde ich sagen, öffnen wir doch eine hiervon. Komm, wir... Wir machen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. Ich habe noch nie eine von denen geöffnet. Das wird eh nur Bullshit rauskommen, aber... Blue oder so. Ja, fick dich, alter. Holy shit. 76 Cent, alter. Oh, shit. Wir öffnen wir noch eine USP-Kiste und dann war es das für heute, glaube ich. Oh, ich hätte die USP behalten sollen, ey. Oh, shit, man. Oh, gib uns die nochmal. Die Forest Leafs. Die ist 10 Cent wert. Loll. Alter, so hart Minus gemacht. Warte mal, wenn ich... Ja, okay, die Guardian, die werde ich behalten. Aber ich werde jetzt hier noch das letzte Geld raushauen. Die Purple Case haben wir auch noch nicht geöffnet. Probieren wir die doch mal aus. Komm schon. Irgendwas nice ist vielleicht... AWP Phobos. Mehr wert als die Kiste. Soll ich die behalten? Nein, scheiß doch, Alter. Oh, Mann. Ich bin so dumm, ne? Warum gehe ich eigentlich weiter? Also, ich finde die USP-Kiste besser als die Purple. Wenn wir jetzt nochmal die Orion bekommen, das wäre ja ganz geil. Aber ich glaube, er... Egal, da war sie. Und die Kingy Guardian. Die ist halt nichts wert. Ich, ähm... Ich schwitze immer noch auf die Orion wieder. Weil dann höre ich definitiv auf. Oder war sie? Und da war... Oh, oh, oh. Wir kriegen die gleiche nochmal, Alter. Und jetzt können wir nichts mehr öffnen. Ja, Leute. Das war's dann. Wir haben aus... Wir hätten aus 8, 11 Euro machen können. Aber jetzt haben wir aus 8 Euro leider nur... Ein bisschen über 5 gemacht. Naja, also wie gesagt, wieder Minus gemacht. Ich halte euch davon ab, auf der Seite irgendwas zu machen. Aber ich wollte euch die Seite einfach mal zeigen. Man kann plus machen, es muss aber nicht sein. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Ciao, Leute.